ja erstmal die ganze zeit vereimt ich wollte bloß bescheid sagen wir haben einfach die motherfucking gold tarnung für unsere vmp es ist zu heftig schaut sie euch an zur waffe die ich auf gold gespielt habe obwohl ich black ops 1 und black ops 2 gespielt habe mann kennst du keine einzige waffe einfach auf gold gemacht nur black ops 2 habe ich auch bloß bei dem kumpel gespielt er kann ja auch nichts auf gold machen auf jeden fall ich lade es jetzt ankert hoch und ja ich habe die gold tarnung weil ich schnell mal sagen der ich weiß ich weiß gar nicht was ich sagen sollte ja erst mal für die auf gold hat was die frage ich habe die allerdings in herrschaft noch schnell auf gold gemacht das hat übelst heftig und ich weiß es nicht ob so wie versprochen wir dann mit links abschließen black ops 3 oder ob ich gerade deswegen weil ich sie jetzt auf gold habe noch weiterhin black ops 3 spiele der ist es dein ernst naja stimmt mein internet ist gerade broke deswegen ich habe die vmp auf gold damit beende ich es einfach